Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel und du bist auf dem Kanal von... ...Tatort Technik gelandet. Heute soll es mal um ein Thema gehen, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und zwar um das Thema eSIM-Karten. Denn ich habe mir das iPhone 13 Pro nicht nur gekauft, um ein iPhone 13 Pro zu haben und eine gigantische Kamera zu haben und einen monstermäßigen Akku zu haben. Dazu aber später mehr in einem anderen Video. Sondern ich habe es mir tatsächlich auch gekauft, weil ich das Feature der eSIM tatsächlich sehr interessant für mich finde. Ich reise sehr gerne, ich verreise gerne, ich bin oftmal auch außerhalb der EU unterwegs, wo es mit dem Roaming eben nicht so funktioniert. Und da braucht man dann eine SIM-Karte. Früher war das immer so, jetzt speziell auf dem Urlaub. Dann ist man halt im Urlaub in irgendeinen dementsprechenden Laden gegangen und hat sich einfach dementsprechende SIM-Karten gekauft, die ins Handy gesteckt oder in so einen kleinen Router reingesteckt. Dazu habe ich auch ein Video, das verlinke ich mal. Und konnte dann da im Urlaub surfen. So, jetzt ist der Riesen-Nachteil von dieser Methode mit den Physikal-SIM-Karten, man muss sie halt immer erstmal bekommen. In den meisten Ländern überhaupt kein Problem, aber es ist halt einfach doch ein bisschen aufwendiger. So, heute geht es wie gesagt um das eSIM. Was ist eigentlich eine eSIM? eSIM ist eine Embedded-SIM, also mit anderen Worten eine eingebettete SIM-Karte. Nicht eine i wie Electronics, sondern das heißt Embedded, also eingebettete SIM-Karte. Das beschreibt im Prinzip nur, dass das Ding ein Chip ist und keine physikalische SIM-Karte ist und im iPhone installiert ist. Zum Beispiel. Natürlich auch in anderen Top-Smartphones gibt es diese eSIM. Jetzt ist es so, beim iPhone ist es wirklich tatsächlich relativ einfach. Ich möchte ein bisschen zur Funktion was sagen. Man kann die eSIM zum Beispiel über einen QR-Code in seinen Profil laden. Man kann sie aber auch über Apps, wie zum Beispiel heute mit der App AirAlo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gleich vorneweg, ich bekomme kein Geld für irgendwas, was ich sage, von keiner der vorgestellten Marken oder vorgestellten Firmen etc. Diese AirAlo-App mache ich deswegen, weil ich habe tatsächlich viele eSIM-Apps durchprobiert. Ich zeige euch mal kurz ein bisschen was, wenn ich hier ein bisschen auf meinem völlig vollgestopften Screen hin und her schiebe. Dann seht ihr schon, hier unten gibt es RealtyGo, unten rechts in der Ecke und oben links in der Ecke gibt es eSIMs. Und da habe ich tatsächlich mal ein paar ausprobiert und muss sagen, mir hat tatsächlich am besten diese AirAlo-App gefallen. So, ihr werdet nachher in der App auch noch einen Code sehen, den werde ich auch nochmal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr AirAlo nutzt und diesen Code eingibt, bekommt jeder von uns 3 Dollar. Also ihr bekommt 3 Dollar für ihre Erstbestellung und ich bekomme 3 Dollar für meine zukünftige Bestellung. Wer also Bock drauf hat, kann das gerne benutzen. Das ist auch das Einzige, was ich an Geld, in Anführungsstrichen, weil ich bekomme ja kein Geld, sondern ich bekomme gebundenes Geld für eine Funktion in der App, bekomme. Ansonsten bekomme ich nichts dafür. So, jetzt gehen wir mal zum Thema und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das mit diesen eSIMs funktioniert. Wo findet man eSIMs überall, wenn man sie nicht im iPhone findet? Zum Beispiel im E-Bike, in den meisten modernen E-Bikes, in den Rasenmäher-Robotern zum Beispiel, die wo updatefähig sind, gibt es übrigens auch nochmal oben gleich einen Link zum Rasenmäher-Roboter von mir von WORX. Wie gesagt, ich betone das ja nochmal, ich kriege von keiner der Firmen Geld, ich mache das tatsächlich nur rein aus Spaß an der Freude. So, und Link dazu ist wie gesagt oben. Und ich möchte das mit euch einfach heute mal durchspielen und möchte es anhand dieser App einfach mal zeigen, weil sie für mich einfach am besten funktioniert und tatsächlich mit am günstigsten ist, weil das ist ja auch immer so eine Sache. So, also ihr seht schon, hier sind unheimlich viele Länder drin, da sind natürlich jetzt nicht alle drin, man kann jetzt hier auch noch auf regionale eSIMs gehen und da könnte man jetzt zum Beispiel hier auf Europa gehen und dann seht ihr schon, dann gibt es hier verschiedene eSIM-Anbieter, wo man sich im Prinzip dann was kaufen kann. Ihr seht schon US$5, also die App rechnet immer in US$ ab und ihr seht schon Eurolink 30 Tage 5 GB oder hier zum Beispiel 10 GB 30 Tage oder 50 GB 90 Tage und ihr seht schon unten drunter steht immer ein Preis. Wie gesagt, ich möchte euch das mal anhand dieser von Deutschland natürlich zeigen. Ich möchte aber einfach nochmal schnell drauf eingehen, hier gibt es auch noch Global eSIMs, also da kann man im Prinzip weltweit surfen, also ihr seht schon, da steht dann immer nur Data. Es gibt aber auch andere Pakete und dann halt der dementsprechende Preis. Es gibt aber auch andere Pakete, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz und zwar in Italien, da werden jetzt alle gleich mit die Augen schlackern. Italien ist das, ich würde mal sagen, Gigabyte-Paradies. Wer sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat mit Europa, der wird feststellen, dass das absolut nichts kostet. Also ihr seht schon, 3 GB 7 Dollar und ich gehe mal nach ganz unten und da seht ihr schon 10 GB 30 Tage 16 Dollar. Ja, das ist gar nichts. Und ich wollte euch das mal zeigen, wie das aussieht, wie diese App ausschaut. Dann kann man da auf Beiklicken und ich möchte einfach mit euch den Prozess mal durchgehen, dass ihr das einfach mal seht. So, ich möchte euch noch eins zeigen und zwar explizit Thailand. Und warum möchte ich euch Thailand zeigen? Ganz einfach, weil ich tatsächlich für Thailand, in Thailand schon war und mir in Thailand auch genau diese Happy Tourist SIM gekauft habe, die ihr da jetzt gerade seht. Und zwar, das ist tatsächlich so, Unlimited, also so viel ihr wollt für 9,90 Euro. Ja, und ihr seht schon Unlimited für 15 Tage, für 19,95. Und ich kann sagen, das ist exakt der gleiche Preis, wie den, den man in Thailand zahlt. Also den gleichen Preis haben wir in Thailand bezahlt für eine physische SIM-Karte. So, das ist natürlich super bequem. Das heißt, man klickt da einfach drauf und kann das dann einfach durchklicken. Ich möchte euch jetzt das mal zeigen, wie das am iPhone funktioniert, mit eSIMs zu installieren, wenn man das zum Beispiel jetzt über so eine App macht. Es gibt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, das über einen QR zu machen. So, ich klicke mal auf Germany und ihr seht schon, da ist Hallo heißt der Anbieter. Hallo Mobile ist im Prinzip Drillisch und Drillisch ist im Prinzip O2. Und das kann man dann einfach kaufen und dann kann man das einfach dementsprechend loslegen. Wichtig ist, man muss halt irgendwas hinterlegt haben, Zahlungsinformationen, beziehungsweise mit Apple Pay funktioniert das auch. Ja, also wir gehen mal hier auf dieses, ihr seht schon, Hallo Mobile, enjoy the best eSIM for Germany, willkommen in Deutschland. Und ihr seht schon, da sind nur Data. Hier bei diesem Feld Data kann aber auch stehen Data und Speech, also Daten und Sprache. Da müsst ihr mal aufpassen, es ist halt bei den meisten Anbietern sind es nur Daten, weil das ist ja auch das, was man am meisten eigentlich haben möchte. Ihr seht schon, ihr bekommt ein Gigabyte Daten für sieben Tage und das sind fünf Dollar. Das sind beim aktuellen Kurs roundabout 4,30 Euro umgerechnet. Das ist, glaube ich, das günstigste Gigabyte, was du in Deutschland irgendwie nachkaufen kannst, wenn man es braucht. Ihr seht, da gäbe es auch noch mehrere Pakete. Ich zeige nochmal schnell drei Gigabyte, fünf Gigabyte und zehn Gigabyte. Dementsprechend seht ihr schon den Preis da unten immer. Und dann immer die Tau Dauer und die Tage. Ich habe das auch aufgenommen, wie das aussieht, wenn das abläuft. Das stelle ich dann hinten nochmal einfach mit an das Video dran. Wir machen jetzt aber mal hier das 1 Gigapaket und das möchte ich euch wie gesagt zeigen, wie einfach und easy das ist. Und das ist auch, finde ich, der Vorteil von der eSIM. Auch im Urlaub, man braucht nicht mehr irgendwo hinlatschen. Man muss die eSIM installieren, drückt dreimal, viermal auf den Knopf, das seht ihr dann gleich und das war's. Und mehr braucht man nicht machen. Und das ist so geil und so komfortabel. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn es dann zwei, drei Euro mehr kostet, das ist mir meine Faulheit persönlich wert und dass ich nicht den Stress habe und erst in den Store laufen muss. Kleine Geschichte noch aus dem Nähkästchen. Ich war vor drei Jahren in den USA oder vor vier Jahren in den USA und habe da über AT&T ganz normal eine SIM-Karte gekauft. Das war ein Riesen-Act. Wir haben fast anderthalb Stunden in dem scheiß Laden gehangen und haben sehr viel mit dem diskutieren müssen, weil die wollten halt einen Ausweis haben und weiß ich nicht, was noch haben. Und es hat einfach, es hat funktioniert, aber es hat uns sehr viel Zeit gekostet und sehr viel Ärger. Und es hat tatsächlich die ersten zwei Tage nicht funktioniert. Erst nachdem wir dann nochmal in den Store sind und nochmal uns beschwert haben, hat es dann funktioniert. So, deswegen ist das hier eine schöne, komfortable Lösung. Ich zeige es euch einfach mal. Also, dann klickt man unten auf den einmal 5-Dollar-Button, klicken Sie schon. Da ist die Zahlungsanweisung, das sind 5 Dollar. Und man könnte jetzt hier noch einen Discount-Code eingeben, wenn man möchte. Man kann hier unten, ihr seht schon Air Money, das ist quasi dieses Geld, was ich vorhin erwähnt hatte, wo ihr die Möglichkeit habt, auch hier über diesen Code, den zeige ich euch dann gleich auch mal, Moment. Kann ich euch gerade nicht zeigen. Ich zeige ihn euch aber gleich, mit dem ihr dann auch 3 Dollar sparen könnt beim ersten Mal, wenn ihr das möchtet. Ich kriege auch 3 Dollar. Würde mich freuen, wenn ein paar das von euch nutzen. So, ihr habt wie gesagt hier die Möglichkeit, Kreditkarte, Paypal oder Air Money ist wie gesagt das eigene Geld. Oder wie gesagt Apple Pay. In meinem Fall machen wir mal einfach Apple Pay. Ihr seht schon Payment-Methode, Apple Pay. Dann steht 5 Dollar und dann steht schon I have a compatible eSIM-Device. Also das ist ganz wichtig. Ihr braucht ein Gerät, das dementsprechend eine eSIM verarbeiten kann. Das ist das iPhone 12, das iPhone 13. Ich glaube auch das iPhone 11. Nagelt mich bitte nicht fest. Ich weiß es tatsächlich nicht. Erkundigt euch bitte vorher, bevor ihr diesen Haken setzt. So. Und ihr müsst natürlich die Terms und Conditions und die Privacy Policy akzeptieren. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr auch keine eSIM haben. So. Wie gesagt, 7 Tage läuft der ganze Spaß. 1 GB, 5 Dollar. Aktueller Umrechnungskurs sind 4,30 Euro. Also 4,30 Dollar mit dem Code, wenn ihr den nutzt, dann wie gesagt werden es dann 3 Dollar weniger. Ich finde das ist ganz nett. Aktuell, wenn man bei O2 oder Vodafone oder Telekom, damit wir hier alle 3 Provider schön genannt haben. Also Anbieter. Provider sind ja dann nochmal andere. Ja. Genannt haben, dass hier sich auch keiner benachteiligt fühlt. Wie gesagt, die ganzen anderen Provider lasse ich jetzt hier einfach mal außen vor. Wie gesagt, ich kriege von keinem was dafür. Das ist einfach nur der Vollständigkeit dabei angesagt. Bekommt man das tatsächlich im Nachbuchpreis nicht für 5, unter 5 Euro. Ja. Also wäre das tatsächlich sogar ein bisschen billiger. Wie gesagt, ist im O2-Netz. Das ist dann immer von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. So. Wir gehen mal auf Buy with Apple Pay. Jetzt seht ihr schon, da ploppt meine Karte, meine Adresse und diese 5 Dollar hoch. Das blende ich euch aber natürlich wieder alles aus. Dann müssen wir das bestätigen. Dann wartet er auf mein Gesicht. Ihr seht schon, dann steht da verarbeiten. Das dauert ein kleines bisschen. Und dann steht da fertig. Dann kommt ein neuer Kringel. Und ihr seht schon, Order completed. Und dann oben gibt es nochmal die Bestätigung von der Bank, dass man gerade 5 Dollar ausgegeben hat. Und ihr seht schon, juhu, ich habe nochmal 25 Cent quasi fürs Aktivieren bekommen. So. Und dann seht ihr schon, bekomme ich schon eine E-Mail, wo steht, dass ich gerade eine SIM-Karte gekauft habe. Deine Order ist complete. So. Und jetzt habt ihr folgende Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt diese eSIM einfach teilen, so wie ich das euch gerade gezeigt habe. Und ihr könnt hier, ihr seht schon, unten ist eine abgelaufene. Ihr könnt die jetzt auch einfach anklicken. Und ihr seht schon, da habt ihr hier das 1 GB. Und da kann man dann noch Informationen sich anzeigen lassen. Da oben seht ihr die ICCID-Nummer. Das ist im Prinzip die, man könnte sagen, sowas wie die SIM-Karten-Nummer. Ich glaube, das ist auch ziemlich die SIM-Karten-Nummer. Und dann seht ihr schon, sieben Tage hat man da. Das Package wird automatisch aktiviert. Und, naja, man muss doch auf welche Knöpfe drücken. Und bei Up, Top, Top, Up. Also Top, Up heißt, ihr könnt unter dem gleichen Profil nochmal draufklopfen. Und nochmal natürlich was nachbuchen. Das heißt, ihr müsstet das nicht neu installieren. In meinem Fall haben wir es jetzt einfach immer neu installiert. Und jetzt klickt man hier auf Installier eSIM. Und da steht schon jede Menge Details, was man alles machen kann. InstallNow, AddCellarPlan, Label eSIM, das zeige ich euch jetzt alles. Wie gesagt, da unten steht auch nochmal Information des Netzwerks. In dem Fall ist das O2. Ihr seht schon, LTE, die APN wird automatisch gesetzt. Das ist das, was ihr braucht, um ins Internet zu kommen. Das ist der Access Point Network, glaube ich, heißt es. Schlagt mich nicht. Also, es ist auf jeden Fall das, was man braucht, um ins Internet zu kommen. Und ihr seht schon, Datenroaming ist on. Also, man könnte theoretisch romen. Wenn man da auf Intro geht, dann gibt es nochmal eine Info, dass man quasi das Datenroaming anschalten muss, weil diese Karte halt, wie gesagt, übers Ausland gebucht wird. Die Karte selber heißt dann Play. Aber das seht ihr dann anders. Ihr könntet jetzt theoretisch auch hier den QR-Code euch anzeigen lassen oder das manuell installieren. So, wir machen es jetzt wie folgt. Wir klicken hier unten einfach auf den Install Now Button. Und jetzt kommt die iPhone-Maske. Mobilfunktarif installieren. Ein Mobilfunktarif von AirAlo kann jetzt im iPhone hinzugefügt werden. Wir klicken einfach mal auf Weiter. Ihr seht, oben rechts kommt das kleine Kringelchen. Und alle, die sich jetzt wieder beschweren, wie lange das Video wird, ihr müsst es ja nicht bis zum Ende schauen. Mobilfunktarif hinzufügen. Ein Mobilfunktarif von Play kann jetzt zum iPhone hinzufügen. Play ist, wenn ich das richtig rausgefunden habe, ein polnischer Anbieter. Kann euch aber wurscht sein, wo der herkommt. Hauptsache, das funktioniert. So, Mobilfunktarif hinzufügen. Und jetzt seht ihr schon das, worauf ich hier etwas detaillierter eingehen möchte. Und zwar die Maske vom iPhone 13. Unter iOS 15.02 aktuell. Ihr könnt jetzt euch... Ihr seht schon Primär-Etikett für Primär. Das ist meine Handynummer. Die ist natürlich ausgeblendet an dieser Stelle. Und ihr könnt natürlich für Etikett für den neuen Tarif machen. So, und da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr euch ein auswählen. Und ich würde dann hier Sekundär nehmen. Nochmal auf Fertig klicken. Ich möchte euch hier die iPhone-Maske zeigen. Das ist mit jeder eSIM gleich. Ob ihr sie nun über das Handy installiert, so wie ich jetzt gerade, was sehr bequem ist. Oder ob ihr sie über einen QR-Code, den ihr zum Beispiel bekommt, aus einem Automaten zieht. Oder zum Beispiel bei Vodafone Telekom oder O2 zum Beispiel bekommt. Die Großen machen mit. Es gibt auch einige kleine Provider, die mitmachen. Es ist immer der gleiche Schritt. So, dann klicken wir hier auf Weiter und ihr seht schon Standardleitung. Die Standardleitung wird für Anrufe, Nachrichten mit Personen verwendet, die nicht in deinen Kontakten sind. Die Kontakte-App kann deine Kontakte jederzeit eine bevorzugte Leitung zuweisen. So, dies kann später in den Einstellungen angepasst werden. Also, die Standardleitung wird für Anrufe und Nachrichten mit Personen verwendet, die nicht in deiner Kontaktdaten sind. Ganz wichtig, nicht in euren Kontaktdaten. So, dann machen wir jetzt mal sekundär. Gehen wir mal auf Weiter. So, und ihr seht dann schon, jetzt steht da iMessage und FaceTime. Wähle aus, welchen Mobilfunktarif mit iMessage und FaceTime und Apple die verwenden möchtest. So, da könnt ihr jetzt quasi auswählen. In meinem Fall ist das primär. Und ihr seht schon, mobile Daten, wähle deine Standardleitung für mobile Daten, aktiviere einen Rückruf für mobile Daten, um den bestmöglichen Empfang zu haben. So, kurze Erklärung dazu. Also, mobile Daten, da wir ja gerade auf die sekundär, das ist jetzt das, was wir gerade neu hinzugefügt haben, die mobilen Daten natürlich nutzen möchten, klicke ich da an. Jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, wechseln mobiler Daten. So, wechseln mobiler Daten, ich habe das ausprobiert, funktioniert fantastisch. Und zwar völlig automatisch im Hintergrund, hat nur den Riesennachteil, dass, wenn man das aktiviert, und das ist ein für mich sehr großer Nachteil, dass das iPhone das wirklich immer autonom entscheidet. Das heißt, ist mit dem einen kein Empfang da, schaltet der es automatisch auf das Primär. Das ist in Deutschland, in unserem Beispiel, mit meinem Datenvertrag, mit irgendwie 10, 15 GB, völlig scheißegal. Macht auch Sinn, ist cool, läuft. Aber man muss es manuell auch wieder zurückschalten. Das ist der Nachteil. Im Ausland ist diese Option eher scheiße, weil wenn ihr das aktiviert und ihr habt diese Option an und ihr seid irgendwo in einer Höhle auf einem Berggipfel oder sonst wo und habt ausnahmsweise keinen Empfang im Ausland, was eh schon schwierig ist, aber sagen wir mal, ihr habt keinen Empfang, dann habt ihr das Problem, dass ihr schwupsiwups in eurem deutschen Netz seid. Wenn ihr das Roaming noch angeschaltet habt, habt ihr das Problem, der bucht sich sofort ein und das kostet richtig Geld. Deswegen empfehle ich euch, wechselmobiler Daten zum Erlauben, nur wenn ihr wisst, was ihr vorher eingestellt habt, zum Beispiel Roaming aus im Ausland oder außerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Union wäre es dann wahrscheinlich auch wieder wurscht, oder dass ihr euch einfach deren Bewusstsein, wenn ihr das aktiviert, tut das iPhone alles im Hintergrund für euch im Managen. Hat auch Vorteile. Ich habe, muss sagen, für mich nur Nachteile da mit dieser Option gesehen. Deswegen lasse ich das hier weg. Wir klicken auf Weiter und Yay, your eSIM has been successful installed. Also, die eSIM-Karte wurde erfolgreich installiert. Ja, und das war es auch schon. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich schließe das Ganze mal hier. Ihr seht jetzt hier habe ich die eSIM und was ich verbraucht habe, wenn man das refresht, dann bekommt man angezeigt, wie viele Gigabyte man noch zur Verfügung hat. Ihr seht schon, important eSIM can only be installed once. Man kann die eSIM-Karte nur einmal installieren. Wenn man sie löscht, dann ist sie weg. So, das ist so. Das habe ich auch ausprobiert und dementsprechend, ja, muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Und ihr seht schon, 1 Gigabyte, this package will be automatically activated, it can use, in a daily you can use, activate new button, bla bla. Also, ihr seht schon, ich könnte das hier unten nochmal aktivieren. Das wäre quasi die SIM-Karte, die ich vorher schon mal gekauft habe, um das Ganze auszuprobieren. Aber wir sind jetzt hier in der SIM-Karte, in der oberen drin und das funktioniert. Es kann auch sein, das werde ich gleich sehen, dass man das hier nochmal aktivieren muss. So, jetzt schaut mal ganz nach oben. Neben das WLAN-Symbol, da seht ihr nämlich jetzt auf einmal zwei Striche. Ich werde euch ein Pfeil drauf machen, in der Netzanzeige. Und da seht ihr nämlich jetzt beide Anbieter. Das heißt, ihr habt jetzt sowohl den Anbieter 1 als auch den Anbieter 2. Und ihr seht, wenn ich hier in das Kommando-Center gehe, mir fällt leider gerade der richtige Name nicht ein, dann seht ihr schon, oben steht O2, sekundär. Und primär ist WLAN-Call, also das wäre bei mir die Telekom, ohne hier Werbung machen zu wollen, über einen Provider, weil der einfach günstiger ist. Aber ihr seht schon, O2 hätte jetzt hier besseren Empfang und deswegen würden wir über O2 quasi im Internet sein. So, und das war's schon. Mehr ist es tatsächlich nicht. So kann man, so einfach kann man eSims aktivieren und installieren und wie gesagt, durchs iPhone sich durchführen lassen. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier auf ein bisschen kleines Eigenwerbung ein. Wie gesagt, ich bekomme nichts von keiner der genannten Firmen, außer wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Code, den ich euch jetzt mal kurz anzeige. Ihr seht schon, Manuel670. Wenn ihr den benutzt und euch anmeldet in dieser App und das erste Mal eine App kauft und diesen als Coupon eingibt, als Gutschein, dann seht ihr schon, steht unten, Get three credit for every friend has signed up. Ein Kompliment und eine Bestellung macht. Also für jeden Freund gibt's drei Dollar und zwar für jeden von uns. Also ich bekomme drei und ihr bekommt drei. So viel dazu. Also wer Interesse hat und diesen Kanal ein bisschen unterstützen möchte, der kann das gerne machen. Wie gesagt, ich kann mir das Geld auch nicht auszahlen lassen. Das ist eine reine Spielerei, um in dieser App ein bisschen mehr von diesem sogenannten Air Money zu bekommen. So, ihr seht schon mal, da kann man auch noch Account-Informationen einstellen, Sprachen. Da wird man aber durchgeführt. Das möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht antun und zeigen. So, wir gehen nochmal in den Store und wie gesagt, das ist das, was es hier so an Ausfall gibt. Mir fällt jetzt leider kein super exotisches Land ein, wo ich sagen würde, das würde ich ganz gern mal checken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, doch mir fällt ein super exotisches Land ein. Und zwar, was heißt so super exotisch ist das eigentlich gar nicht? Und zwar Kambodscha. Ihr seht schon, Kambodja und ihr seht schon 4,50 Dollar für einen Gig. Dann gehen wir mal aufs Größte. Also ihr seht schon für 30 Tage 5 Gig für 13,50. Und ich kann sagen, das ist echt günstig. Wir haben in Kambodscha damals, glaube ich, 20 Dollar bezahlt. Das ist der Vorteil einer Easy. Man kann, und dieser App explizit nochmal, man kann einfach stressfrei sich was buchen und kann stressfrei sofort ins Internet gehen. Es funktioniert sofort, instant. Das macht einfach Spaß. Und das ist der Grund, warum ich mich auch für das iPhone 13 Pro entschieden habe. Denn das iPhone 13 Pro ist, was das angeht, doch schon ziemlich geil, muss ich sagen. So viel zu der App, so viel zu E-SIM-Karten. Ich möchte euch allerdings nochmal kurz etwas zeigen. Und zwar gehen wir mal in die Einstellungen rein. Dann gehen wir auf Mobilfunk. Und ihr seht schon mobile Daten. Und ihr seht, das sieht jetzt etwas anders aus. Es heißt, ihr habt hier einmal die Primäre und einmal die Sekundäre. So, wenn ihr auf Sekundär geht, das ist das, was wir gerade hinzugefügt haben. Das ist Mobilfunk, Datativ, Etikett. Ihr seht schon Sekundär. Diese Leitung aktivieren. Und ihr seht schon Netzauswahl ist O2. Hier oben steht Play, das ist der Anbieter. Meine Nummer. Hier steht jetzt keine Nummer drin, denn ihr habt einfach keine Nummer. Denn das ist ein reiner Datentarif. So, WLAN-Anrufe gibt es noch. Auf anderen Geräten in der Nähe. 5G automatisch. Und ihr seht schon mobiles Datennetzwerk. Und Datenmotors, Datenroaming kann man hier noch einschalten. Muss man machen, sonst funktioniert der ganze Spaß wirklich nicht. Netzbetreiber sieht sie. Und man könnte theoretisch noch eine SIM-PIN vergeben. So schaut es dann, wie gesagt, aus, wenn man sich zwei Mobilfunktarife parallel aufs Handy leiht. Wie gesagt, hier die erste Nummer, die Premiere, ist bei mir mit einer physikalischen SIM-Karte. Und die sekundäre Karte ist über den Tarif, was wir gerade hinzugefügt haben. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Lasst doch auch einfach ein Abo da. Vergisst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Ich mache nicht so oft Videos mehr. Ich komme einfach nicht mehr dazu. Aber bleibt einfach informiert über die kleine Glocke, damit ihr immer neue Informationen kriegt, wenn es neuen Stuff von mir gibt. Ich sage Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Kommentare fleißig zum Thema ISIM. Wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr in diesem trotz sehr langen Video noch Fragen habt zum Thema ISIM, gerne einfach mit reinmachen. Vielleicht reicht das, eure Kommentare auch, dass wir nochmal ein Video machen und auch nochmal etwas detaillierter, noch detaillierter auf die ISIM eingehen oder eure Fragen explizit beantworten oder in einem anderen Video. Deswegen Kommentare nicht vergessen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Arrivederci. Ciao. 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 .